so liebe freunde wieder return to ja das spiel aufgehangen gab es die ganze aufnahme war alles hier macht aber wir sind jetzt die ganze zeit online gewesen standen auch die ganze zeit hier an der stelle also es gibt wohl auch kein disconnect wenn man zu lange an der stelle steht respawned ist ja auch schon wieder einiges und ja uns gekillt haben sie auch nicht die lieben menschen hier war ja okay na da warte mal habe ich erstmal schwarz im bild jetzt muss ich bin vom stream gerade wieder weg gegangen auch der laptop kurzzeitig um nicht wieder einzupegeln so ich bin auch schon wieder da spiel ist auf der anderen links gegenüber auf der straßenseite in so einem häusel drinnen bandagen oh wow wow unkel hab welche hinter mir aber du bist auch nicht im selben gebäude wie ich heiße ich sterb gleich warum tust du denn nicht kill da bin ich doch dabei du musst doch mal ein bisschen ausweichen scheiße 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 warte spielt jetzt hinter dir ich hab dich gerade weg können sehen so also zwei zombies von dir müsste ich weg haben ja und den habe ich hier auch weg gerade ok jetzt brauche ich erstmal wieder was scheiße essen also durst geht ziemlich schnell weg muss ich sagen ich brauche medizin ey bestfahrfluchter scheiße was ist denn das hier sagen sie sind so ok ach so ich hab hier was für dich bitteschön 1 oder antagen oder so was ne kompass cool was rechts oben und eike dieses zeichen was brauchst du ja ich sehe gerade hier ist ein rucksack dran die nehmen wir erstmal mit ich hab hier was brauchst du denn jetzt zum heilen brauche ich brauche ganz dringend bandagen oder irgendwas ich habe bis zur hose bin ich voll warz aber bandage ist doch nichts zum heilen hier habe ich dir was hingelegt wenn du was willst musst du aber auch stehen bleiben ich habe auch gerade noch ein kompass gefunden ich habe hier bandagen aber die werden doch nichts bringen weil das ja bisher was bandagen so ich habe jetzt den kopf noch schwarz und was kann ich mit den fireworks machen ich steine raus steine wo man den genau finde hier geht schon ganz kurz aufs crafting menü was man hier nochmal alles machen konnte ich habe eine axt gefunden hier bau sie mich kreis habe ich da auch hier irgendwo zombies her onkel also ich könnte jetzt hier auch eine feuerstelle machen wow britze habe ich nie gel oder so da bräuchte ich sowas da schön boah alter wie schnell geht denn ja aber komischerweise das trinken drunter der trinken geht runter total schnell und dann obwohl du nicht mal was machst zack ist voll medikal alkohol auf fressen und trinken blatt infektion mhm ok so ich will sagen dass die stadt wieder raus war weil ja und ich würde jetzt gerne mal zu ja er muss vorn gehen oder wie die heißt warte ich bin ja noch im haus drinnen lachen hat die neuf und das war das jetzt wieder mein kleiner ich raste aus ich habe nichts gehört ach so ich könnte ja jetzt eigentlich auch hier gut funktioniert warte ich kann ja bäume fällen 7 wutz mhm cool boah zu saufen ey wenn noch ist der loot hier sehr begrenzt muss ich sagen da muss ich mir hier ins deiner gehen hier findest du haufen zu trinken zu essen hallo ja ich komme warte von uns zu haust hier raus und dann über die straße laufen über die straße nicht in die richtung steiners kann kannst du nicht lesen da finde ich auf anhieben trinken trinken na gut die dirty water würde ich jetzt nicht nehmen unbedingt an deiner stelle hier findest du oren schutzkleidung hier hinten bist du mal entschuldigung einsammeln also ich bin voll ach ne steht du andauernd voll du hast doch einen rucksack alter was sammelst du für den scheiß ein na alles das wäre ein quatsch ach ich lass mal das metall und so lass ich jetzt mal fallen das wies ich gar nicht wofür wir das später brauchen wir denke ich mal heute noch nicht nö wenn wir da was wirklich machen dann machen wir da mal richtig ne basis und so'n scheiß richtig ich sammle den trotzdem mal in den rotz ein hier oah ich habe jetzt hier irgendwas angezogen Naja, ich sag, das sind so mit Kaltplatten. Das ist Armory, also ein Schutzanzug. Ah, coole Sache. Kann man immer gebrauchen, würde ich mal sagen, oder? Also ich glaube, ganz schön lange angezockt sind, muss ich schon sagen. Ah, das ist, 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 ja. Ist halt mal so. Oh, das ist auch Seife. Also im Laden gibt's auch viel Scheiß. Swap sie so da. Ich warte nur auf die ersten Nachrichten. Ja, macht ein LP davon. Wissen ich. Wo bist denn du? Ich bin in dem Geschäft drin. Welch ein Geschäft? Geschäft. Bin jetzt aus dem Deiner raus und dann jetzt geh geradeaus, oder wo? Siehst du doch das Geschäft? Ja, voll. Doch nicht die Mücke. Warum ist die denn, dass ich denn jetzt hier ein Aß? Das geht mir auch ein bisschen. Break into. Break into. Also trinken brauchen wir hier richtig viel. Da hustet sich ja ein Aßbrenklenner, das ist Wahnsinn. Also ich glaube, lange kann man sowieso nicht mehr machen. Das ist ja jetzt komisch hier. Voll wieder, fast voll. Na genau, daneben in dem Geschäft war es drin, wo du an dem Auto stehst. Ich habe jetzt mal die Bandagen, die ich gefunden habe, genommen und mein Kopf ist wieder fast voll. Kannst du aber mit Bandagen dich gar nicht heilen. Oh, cool, eine Melone. Ich habe schon Äpfel gefunden. Was kannst du denn damit machen? Oh, 40 Shields kannst du da machen. Okay, aber ich lasse es jetzt hier auch mal fallen. Close. Weil wir brauchen das ja jetzt noch nicht. Wir wissen jetzt, wie es geht. Ja. Und wenn wir da mal richtig zocken. Nehmen wir alles. Dann kann man ja alles hier. Holz. Boah, ich habe ein Starterkabel auch gefunden. Das ist eine Sache, die brauchen wir jetzt nicht. Dirty Water kannst du aber eigentlich stehen lassen. Davon wirst du bestimmt bloß schlecht, wenn du das trinkst. Isst. Ich habe alle genommen und getrunken und bin wieder voll. Ach nee, jetzt ist meine Energie schon wieder fast runter vom Trinken. Ich habe doch gesagt, weil du Dirty nicht trinken darfst. Dirty ist dreckig. So. Den Deiner habe ich jetzt ausgeräumt. Ich würde es trotzdem gerne mal irgendwo hin. Kann man jetzt mal hier wieder raus? Ich bin ja schon gerade am Weg finden. Wie am Weg finden? Ich bin hier wieder raus, komme, wo ich jetzt gerade bin. Hä? Hier bin ich. Ich bin voll auf der Straße. Ich gehe nochmal schnell ins Geschäft, gucken, ob was liegt. Oh, da liegt was. Ich gehe schon vom Weiten blinken. Aufs Saal. Gleicher Beil. Kommst du jetzt mal langsam? Ja. Meine Energie geht immer weiter runter. Selbst jetzt. Ich bin nicht getroffen. Und meine... Ja, weil du dich wieder vergiftet hast. Mit dem Water. Ich habe echt aufpassen, Matthias. Ja, habe ich ja gesagt. Aber du hörst ja wieder nicht. Ich habe nur Water gelesen. Water. Water. Da dachte ich, Water, Water brauche ich. Sag mal, wo bist du denn schon wieder? Im Geschäft doch nur noch. Hips. Was ist denn? Komm. Oh, Alter, schreck mich doch nicht so. Na, komm doch endlich auch mal. Oh, hier liegt ohne was? Was ist das? Oh, lass es liegen. Das ist eine leere Flasche. Können wir die nicht am Wasser voll machen irgendwie? Hast du jetzt hier Wasser? Und dann mit Feuer irgendwie abkochen und da so? Ja, könnte man. Aber wenn ich das nicht alles weggeschmissen hätte, hätten wir uns auch ein Feuer basteln können. Ja, alles hier ringsherum bei mir. So, nach Norden wollen wir. Ich weiß nicht, man hat noch etwas zu tun hier. Hol. Ja, komm. So, ein bisschen noch einfacher als bei Investation. Finde ich nicht. Jetzt hier schon. Was hast du denn hier fallen lassen? Geil, das wäre gleich mal neben. Das ist die Zappi so dämlich. Ich bin wieder voll mit Energie. Hä? Den trinken wir eben voll. Den ist runter, den war halb, jetzt ist es wieder runter. Äh, ich sehe nicht durch. Verpackt ist das da. Oh, den nehme ich mir ohne vor. Oh, sind zwei. Oh! Vorsicht, du hast zwei dabei. Oh! Oh! Da jetzt! Den habe ich. Oh! Ich glaube, das leckt ja nicht zu viel dann. Nö. Das war scheiße. Ich war voll, jetzt hat die mich getroffen. Das ist eine Lampe. Ich mache ihn schon wieder. Boah! So, tot. Mist, brauche ich nochmal Antibiotikum, ey. Meine Fresse. Ja. Aber Onkel ist nicht gestorben. Ich habe Onkel hier helfen. Wiss ich. Ach, was ist denn nun schon wieder? Genau. Äh, noch inner? Die Waffen nutzen sich übrigens auch ab, Onkel. Nicht schön. Aber ich weiß nicht, wie fern... Achso. Alles klar. Sieht mal an. Energiebalken. Jo. So, habe ich hier was gefunden. Guckst du denn jetzt schon wieder hin? Ich bin hier links ins Gebiet drin. Ach, da waren wir doch gerade. Da sind wir doch gerade raus. Ach, Mann. Hier ist so eine Halle. Ich will die noch schnell abklappern. Ich habe jetzt eben schon Medizin gefunden. Oh, hier liegt oh, was. Noch was. Ich bin jetzt in der obersten Etage von dieser Scheune. Da draußen ist ein Zombie. Ein Rucksack liegt hier ohne drin rum. Der ist aber gerade erst hingespawnt. Wo ich drin bin, war der nicht da. So. Es ist xD Dreckiges Wasser lasse ich erstmal auf jeden Fall fallen hier. Ich schlug weiter. Ich hab Medizin genommen. Noch nicht in Nordmedizin. Komm. Ich muss mir was fallen lassen. Ich hab ein paar Rucksäcke jetzt wieder bei, Onkel. Oh, geh doch durch die Tür. Ja, die nehm ich mit in eine Basis. Du hast ja ecken, ne? Hast du ja irgendein Tag gesehen. Ich denk, meine Basis wirst du sowas haben. Wir kämpfen nicht drauf, wer achtet. Ja, die Jense vom Worsettel übernommen haben. Wo bist denn du jetzt? Hier auf dem Berg. Ich bin Richtung Norden gelaufen. Norden. Die Textur sieht hier kacke aus, aber egal. Wo ist denn hier Norden? Ja, wo ist denn Norden? Du hast doch Dings, du hast doch einen Kompass, oder nicht? Ich seh aber hier nicht, wo Norden ist. Klar, rechts oben siehst du die Buchstaben. Und N ist Norden. Und N ist Norden. Also du läufst jetzt gerade Richtung diese grüne Feld, oder Emmos Farm, oder wo willst du denn? Ja, dann guck doch nicht auf die Map, du hast doch den Kompass. Ach so, ja, in Norden. Gut, da lang. Ja, also, ja, jetzt hab ich vergessen, dass ich einen Kompass habe. Alter, wie kommt man denn hier den Felsen hoch? Nein, ich brauche doch gar nicht hin, ich kann ja außen rumlaufen. Boah, scheiße, schon wieder ein Zombie. Boah, ich renne mal hier um die Zombies rum. Ich muss jetzt mal hier rennen, bleibt mir nicht anders übrig. Hier hat schon eher eine Festung gebaut, hier oben sehe ich gerade. Ja, einige. Ich laufe immer Richtung Norden, ne? Ja, du läufst Richtung Farm. Siehst du die Farm? Ne, noch nicht, Jans, aber ich sehe sie auf der Landkarte. Ich bin jetzt kurz davor, ich brauche mal nur gerade ausgelaufen, den Weg da. Ich hoffe, dass die irgendwo mal noch ein bisschen besseren Loot eingebaut haben, als nur das Zeug, was wir finden. Ich finde den Loot ja nicht mal so schlecht und vor allen Dingen, was man damit mal alles machen kann. Dass man hier Flaschen auch, ja. Ja, ich finde das ein bisschen alles zu viel, habe ich gesagt. Zu viel Loot? Ne. Ja. So eine Zombie-Apokalypse, da hast du jetzt hier, ja, mega viel. Ja, dann müssen wir aber die Ausdauer runter schrauben, wenn sie ein Loot einbauen, die Ausdauer. Weil, guck mal, die Ausdauer, wie schnell das hier alles unten ist. Und zum Anfang ist das ja nicht mal so schlecht für Einsteiger, das ist ganz gut. Und vor allen Dingen, wenn wir hier schön machen, dann können wir uns schnell unsere Basis bauen. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt bei dieser Farm, oder? Ich auch. Kannst du bei der Farm sein? Ich bin doch stehen hier vor einem Gebäude. Ja. Ich bin doch der Farm. Na, klasse. Da bist du doch. Hallo. Ja. 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 Den Torch lasse ich mal hier. Ja, sammelt halt. Ja, sammelt halt. Das sammelt halt eine Weile. Lesbische einfach machen. Ich habe mir mal nur schnell hier was geholt. Weil mein Peil nicht mehr so toll ist. Woher hin? Ich bin gleich schuld. Da. Ich bin da. Ich bin da. Das stirbt aber oder das Vieh jetzt? Ja. Sag doch. Sag doch. Die sterben nicht so schnell. Sag doch. Deine Energie. Beschissen. Was sagt denn Essen und Trinken? Weiß ich nicht. Du sagst es ganz gut. Oh, Bananen. Cool. Ich habe auch nichts mehr zum. Was ist denn das? Ich habe schon mal irgendwas reingedrückt. Ich komme schon nochmal. ja genau dass das sehen soll das hat mir geholfen wissen habe ich trinken ja auch das ist die gleichen zum bücher investieren ananas Also ich hab aber nichts anderes, verdammt. Du, Auto. Das ist genau wie Auto. Der Zobby ist grad gelaufen wie Auto. Alter. Ich mach's aus. Alter. Ich sag, ich mach's Haus, wo geht er hin, geh ins Haus. Mach das auch ruhig, ich geh außen rum. Langsam dunkel. Cola. Bananen. Antibiotika. Kann ich auch ziemlich gut gebrauchen. Ja. Hast du noch dreckiges Wasser? Weil ich hab hier Purifil. Boah. Peinlich. Hab ich nicht. Kannst du Wasser reinigen. Oh, ich blute, seh ich grade. Ich könnte noch mehr trinken. Ich bin. 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 nicht. Ich bin. 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 Nochmal E drücken. Ach. Ich dropp's einfach. Warte. Ich dropp's. So. bitteschön. Jetzt muss ich gucken. Achso. Jetzt bin ich raus. Okay. Na super. hast du das mre ding etwas das mre ding ich hab hier was aufgenommen aber dosen genau das päckchen mre muss der mc also alter auf das ist wieder übel zu hingelegt ich mache platz frei hier die sammeln sind wir so immer wieder ein das kommt dann von den dosen und so die zerlege ich ja mal wer gucken was ich wo draus erhalte die du hast mir jetzt hier noch was hier jemand leer ist mre habe ich dir gegeben mre kirkens mit mre ich habe hier rucksäcke waffen es ist kein trinken das ist wie so ein päckchen jetzt ist es weg das habe ich aufgenommen eigentlich aber ich habe es nicht aufgenommen ich habe aufnehmen gedrückt aber es ist nicht im inventar drin da war da kriegst du das hier so bitteschön da müssen wir jetzt mit link so machen wir jetzt schon also ich würde sagen die karte ist trotzdem noch so ein bisschen langweilig muss ich sagen ja und wenn ich was getrunken habe trotzdem bleibt da bei mir im inventar noch drinnen ja hier ich hab den die flasche das ding ausgetrunken weggeschmissen und ich sehe mein beil aber ich sehe immer noch dass ich da eine dose keine ahnung hast du dass du beim reden stehen bleiben muss nach norden da ist nun also wie öfter ich noch sagen muss wir schon nach norden wie bist du hier rüber gekommen der sprung rüber wird sie ja so nordöstlich so ein bisschen ein kleiner abstich ich muss trotzdem die karte muss ich muss trotzdem sagen dass die karte so ein bisschen langweilig noch ist ja wer weiß was sie da noch machen was ist denn jetzt äh ähm hallo was denn was ist jetzt los wieso was ist denn mein spiel hat sich aufgehangen logging was jetzt logging in ja das hatte ich auch disconnected from server äh bei der server war das der 5 ne 5 tschui hat mich schon server geklatscht ja das ist mir vorhin auch passiert ja aber das blue dieses was ist mit blue ich kann nicht mehr blue setzen ist da ist das von links also von oben nach rechts oder ja da also norden östen süden westen ist dann es ist mit blue was ich verstehe nicht wer ist ja im stream warte achso blue ist im stream achso soll ich vielleicht mal dazu sagen blue hat geschrieben n ist immer oben es heißt ja nie ohne säfe waschen n ist bei mir nicht immer oben n ist so wenn ich mich nach links drehe sind nach links äh ist es nicht oben n auf der karte ist n immer oben weil das heißt nie ohne säfe waschen aber ich weiß so norden norden ja aber besser ist es nach rechts dann gemeint ne also norden oben rechts ist ohne unten ist s und w ist links im euch das ist hier für die kleine für mich um ein bisschen hat früher ich muss die geschenke noch in ordnen stellen und alle